Wir sind Start International, eine humanitäre NGO, ein Netzwerk von Pädagogen, Therapeuten und Künstlern. Wir arbeiten gemeinsam transdisziplinär und interkulturell. Unser Arbeitsschwerpunkt liegt in der Unterstützung von Kindern und ihren Familien in besonders herausfordernden Situationen, wie zum Beispiel nach Kriegen, Naturkatastrophen, nach Flucht oder in Armutsverhältnissen. Wir leisten pädagogisch-therapeutische Nothilfe, psychosoziale Unterstützung, Trainingsprojekte in relevanten Arbeitsfeldern, Friedensprojekte und entwickeln pädagogisch-therapeutische Tours für die direkte Anwendung der Arbeit mit Kindern, die wir kostenfrei beispielsweise auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. In unseren Tätigkeiten kombinieren wir Pädagogik, Therapie, Kunst und soziale Beweglichkeit und setzen wissenschaftliche Erkenntnisse in die direkte Arbeit mit Kindern um. Unsere Arbeit wird ermöglicht durch Spenden von Menschen, die unsere Tätigkeiten wertschätzen und diese vertiefen wollen. In einer Welt in Poly-Krise denken wir, dass dasjenige Wissen und die Tools, die entwickelt wurden, für die neuen Lebensrealitäten von immer größerer Bedeutung werden. Wir sind sehr gerne dazu bereit, unsere Erfahrungen zu teilen. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020